Hallo und herzlich willkommen zu einer Infektion Lobby, eine Free Infektion Lobby. Wenn ihr eine Infektion braucht, einfach in mein Lobby reinkommen und dann kriegt ihr quasi die Infektion von mir. Und dann könnt ihr halt euer Mod-Menü aufmachen und so weiter. Und Moment. Free Infektion, Free Infektion, man. Der Sokalne, daos die Puh-Puh-Puh. Ha!